Night of Decisions, 2018. Das Monster aus England, Trader, gab ein rücksichtsloses GWP-DW. Untertitelung des ZDF, 2020 Der GWP-Wall-Champion Cash Bunny Erker konnte mit einem Artenmenschen gegen Tristan Archer seine Championship verteidigen. Aus dem Nichts adaptierte Kreator den Champion und machte eindeutig klar und basit. Heute, GWP-Wall-Champion Match zwischen dem Champion Cash Bunny Erker und dem Monster aus England, Kreator.